Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 8.10.2021 und unser DAX hat was Feines vorbereitet, sodass wir zum Freitag sehr gespannt sein dürfen, was der hier aus dem Zauberhut rausholt. Ob das Hähnchen oder den Kackahaufen. Wir haben ja gestern so ein paar Sachen besprochen. Wenn wir jetzt mal hier so drauf schauen, sehen wir davon eigentlich nur die Hälfte. Besprochen war nämlich, dass er, wenn er jetzt hier weiter oben rausdrückt, durchaus rein kann in die 2.40, also das Gap zumacht, das Gap zumacht und sich dann so in den Bereich um 2.45, 2.80 umdreht und nach unten wieder komplett durchschiebt. So, davon haben wir für einen Donnerstag auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, wenig gesehen, also wenig Bewegungsspielraum auch einfach. Es ist sehr, sehr, sehr untypisch für einen Donnerstag. Insbesondere für den DAX, ne? Also da hat er normalerweise mehr zu bieten, das hat er hier aber jetzt nicht liefern können. Hat sich doll zurückgehalten, deswegen wird der Freitag ganz interessant werden halt, ne? Sollte der nämlich jetzt anfangen, nach unten zu strahlen, würde ich schon denken, der setzt zumindest hier nochmal auf dem Donnerstagstief einfach auf und das wird dann die erste Unterstützung schon, auf der er sich beweisen muss halt, ne? Wenn er sich jetzt wirklich runterdreht und runtertreibt. Kriegt er das aber nicht, dann steht er auch schnell wieder hier am Gap-Klos und wenn er dann hier aus der Woche rausgeht, so knapp um die 200-Tage-Linie, dann muss er gar nicht tiefer, um schon Spannung für die nächste Woche einfach aufzubauen. Das heißt, es ist eigentlich keine schwierige Aufgabe für den Freitag, da jetzt einfach ein bisschen Unruhe zu stiften. Und ich glaube, ein bisschen Unruhe stiften ist immer so eine Sache, die Marker, ich sag mal, selbst in einem bullischen Szenario ist sowas einfach gut, wenn man mehr Umsatz reinkriegt, ne? Das heißt, die Jungs, die ihn oben raus haben wollen, kriegen zu tieferen Kosten viel mehr Volumen. Die, die ihn unten raus haben wollen, kriegen ihre Signale. Also das ist schon irgendwo gewissermaßen für beide attraktiv, den da nochmal abgleiten zu lassen, ne? Und von daher fände ich das schon interessant, wenn er sich jetzt durchschiebt. Aber man muss eben auch ganz klar sagen, so ein Abziehen, also so ein Abkippen vom Abend, das ist nicht unbedingt immer ein Zeichen für Schwäche am nächsten Tag. Das ist auch ganz oft und in den letzten Monaten sehr häufig verwandte Stilmittel einfach im DAX, um sich einen Aufwärtsgap schmackhafter zu machen, ne? Indem man am Abend einfach nochmal so ein paar Leute rauskitzelt oder auch reinkitzelt in Shorts zum Beispiel, die dann am nächsten Tag über am Tageshoch einfach abschütteln kann. Das heißt, sollte der drüber gehen und vielleicht sogar mehr Aufwärtsgap reinkommen, dann muss man damit rechnen, dass er über 2,60 auch relativ schnell die Beine in die Hand nehmen kann und hier in so eine 3,20 reinrennt, ne? Oder 3,40 fast sogar eher, 3,50, sag mal 3,50, 3,50, 3,50, 3,20, eher aber 3,50 sogar, ne? Und wenn er das zum Freitag macht und dann hier oben steht und dort schön zur Seite schiebt, weiß nicht, ob er dann auch viel Motivation entwickeln kann, um nach unten zu gehen. Das heißt, das ist durchaus eine interessante Situation jetzt hier, weil es nach oben oder unten schon, schon schönen Spielraum gibt, der einem eigentlich auch klar da liegt, ne? Zumindest die, die in der Lage sind, früh die Augen aufzumachen und zu gucken, okay, steht mir in der DAX jetzt oberhalb der 2,22? Sind wir mit starkem Aufwärtsgap reingekommen? Okay, sind wir über dem Tageshoch vom Donnerstag? Ha, das erkenne ich, okay, dann weiß ich, jetzt kann er bis 3,50 gehen. Oder man erkennt es dann eben nicht. Dann hat man hier einiges Problem und dann hilft auch wahrscheinlich die Analyse nicht viel, ne? Aber Fakt ist, wenn man hier jetzt früh schaut und guckt, okay, bewegt er sich jetzt hier einfach aus dieser Drehung heraus, die wir ja so eigentlich jetzt für den Donnerstag haben wollten, und drückt nach unten, dann glaube ich, können wir in den Bereich um 15.110 rein. Und wenn er den dann durchkriegt, also er wird von hier bestimmt nach oben reagieren erst mal, wenn er den durchkriegt und er geht dann hier auf den Gap los um 15.69, dann muss nicht mehr passieren. Ja, wenn der dann hier in dem Bereich unterhalb von 15.100, irgendwo zwischen 15.50 und 15.100 den Tagesschluss stellt, das baut so viel Spannung auf für die neue Woche. Aber ich fände es geil. Ich fände es gut, wenn er es so macht, halt, ne? Aber ich möchte eben auch nicht außer Acht lassen, was passieren kann, wenn er das aufwärtsgibt kriegt. Wir kennen Freitage im Dax, wenn die oben richtig Schmack kriegen, halt, ne? Wenn die da Bock drauf kriegen, das kann schon ganz schön ziehen. Und im Zweifel geht es bis 4.35 sogar dann schon. Würde ich jetzt ein bisschen ausklammern, aber ich würde zumindest... Die Strecke ist für mich, finde ich, interessant hier. Ne, die Strecke so zwischen 2.70 hoch und in die 3.50 bis 4.00 rein, ne? Das wären so die beiden Stationen, die ich dann anpeilen würde, in dem Moment, wo er drüber geht. Und dann fände ich das ganz reizvoll. Aber Stand jetzt, so, haben wir das noch nicht. Wir sind noch nicht drüber, haben auch keinen Aufwärtsgap. Wir sind jetzt in dem Abdrehen, was wir für den Donnerstag besprochen haben. Und da hieß es, das soll er auch nochmal runter. Sogar bis 9.20, haben wir gesagt. 9.20, 8.65 war ja für den Donnerstag unser Ziel gewesen. Da fehlt ja alles von. Ne, aber so war es gestern gesagt. Wenn er hier oben rausdrückt, dann macht er zuerst das Gap zu und dann macht er die 4.50 zu. Und dann muss man aufpassen, wenn er im Bereich um 2.80, 2.45 runterdreht, weil er dann eben bis 9.20, 8.60 gehen kann. Das war Donnerstag. Der hat den Donnerstag nicht genutzt. Ne, deswegen würde ich zum Freitag auch die Erwartungshaltung ein bisschen zurückschrauben und von 9.20, 8.60 eher ablassen. Aber die 1.10 in den Fokus stellen und die 1.10 in den Fokus stellen und die 1.50, 9.60. Aber eben auch ganz klar als absolute Abbruchbedingung nennen, wenn wir hier weiter hocharbeiten, neue Horrors reinkriegen. Haken dran, zurückstellen, für Montag aufheben, weil wir wahrscheinlich dann den ganzen Freitag hier auch schieben können. Und ich finde, das ist eine schöne Ausgangstage für den Freitag. Schöne punktuelle Marken. Und da wird es wahrscheinlich aber auch nötig sein, sich wirklich einen Zettel zu machen und den neben den Tisch zu legen. So eine Art Tagesplan, auch die Punkte. Weil ich habe das auch wieder zum Donnerstag gemerkt, da werden viele schnell auch unruhig und vergessen das so ein bisschen. Wo sind da noch die Jeps, wo kann er noch hin? Denn das ist, wenn der einfach noch so langsam läuft, ist das schwieriger zu greifen. Ich mag sowas immer nicht so. Also ich komme auch mit dem DAX eher mehr zurecht, wenn er schnell ist, als wenn er langsam ist. Weil ich die Signale klarer erkenne und dieses Stoßen und Drücken und Reißen. Ja, das fällt mir persönlich immer leichter. Aber Fakt ist, den Planen ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und der Plan vom Donnerstag sah das vor, das Abdrehen, das haben wir bekommen. Und dann würde ich jetzt schon ein bisschen genauer hingucken. Falls das jetzt noch nachgelagert eben kommt, hätte das seinen Reiz. Aber auch ein Konter, der hat auch seinen Charme. Und ja, deswegen würde ich mich auf die zwei sind nachher im Vorbereiten zum Freitag. Das irgendwie per Zettel an den Tisch legen und dann versuchen, dass man sich dann ein paar Punkte eben mitholen kann. Und dann kann es einem egal sein, ob es steigt oder fällt. Mitgehen halt, nutzen, was kommt. Und auf die wichtigen Punkte einfach achten, auf die wichtigen Zonen. Ja, und dann soll es das sogar so schon sein. War auch ganz nicht lang. Und ja. Ja, also wenn der zum Freitag hier hoch geht, das vielleicht noch so als Ergänzung, würde ich denken, dass wir zum Montag auch noch ein Stück höher gehen. In die Zone dann rein. Und von dort dann erst wieder eine richtige Korrektur kriegen. Wenn er wirklich am Freitag jetzt oben rausarbeitet. Ja, also wenn er sich da rüber stellt und er drückt sich hier wirklich ran an die 4, 4, 4, 20, 4, 35 dort. Glaube ich, geht am Montag noch kurz über die 5, 50 gucken. Und von dort dann gegebenenfalls wieder ein Rückwärtsgang. Ja. So, dass hier vielleicht so, weiß nicht, wo sind hier zwei gleich lange Aufwärtsstrecken? Das ist nicht ganz so. Das ist ein bisschen davor. Aber gucken wir dann am Montag. Das wird er jetzt eher am Freitag nicht schaffen. Am Freitag ist jetzt wichtig, da ein neues Hoch drüber oder jetzt hier von unten weg und hier auf die Kante drauf. Das sollte aber genug Spannung bringen. Also ich finde es eine schöne Vorlage. Ein bisschen schade, dass ich es so spät gedreht habe. Das finde ich wirklich schade. Wollten hier auch im Premiumdienst einen Short ansetzen in dem Bereich hier oben. Aber so spät, kurz vor Feierabend, das macht man nicht. Das ist da ein Gap-Risiko und so weiter. Das wäre verantwortungslos. Das machen wir nicht. Natürlich gibt es auch wieder andere Chancen, die dann besser passen, wo man das Risiko eben nicht hat. Und von daher haben wir das jetzt ausgelassen. Aber ja, Punkt aus Ende. Viel Erfolg zum Freitag und dann schon mal ein schönes Wochenende, wer mich nicht nochmal hört. Tschüss.